ein wunderschönen und schach lieber leute euer ich bin es also der u und audier da chaos je eher die tuse als erstes scheiß chris wollte nur gesagt haben kontext gerissen scheißegal ich wollte euch eben kurz was zeigen und zwar wie ihr einfach reden könnt um die gruppe zu verlassen man wieder ständig dass leute nach einer gruppe suchen und auch ständig dass man wieder eingeladen werden möchte so weil man ja dann herausgeflogen ist wenn man wie lange musste weil wegen hier richtig rambazamba ich mache ich drück mal 2700 memory wird jetzt vielleicht nicht aber es ist so es ist so glaubt mir wie ihr das einfach beheben könnt ganz einfach hier fliegt am besten ich muss ein bisschen weg von bau 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 ist ihr müsst euch anschließen lassen steht einfach weil sie steht einfach herum machen wir so hier haben sie immer noch 2700 jetzt ich drück start alles alles dort poste wird ihr mal ihr seht wie es ruckelt alle landes fliegen so mit dem mit dem memory so 29 ist es jetzt schon fast drei oder klima 3 ja 3 3 die arbeit also jetzt als 28 unter egal wenn hier bei dem fenster auf start dann müsst ihr noch warten da habt ihr erst 3d fenster so macht ihr werdet angeschossen drückt auf 3d schießt das andere fenster nur andere sagen man kann das auch mit f5 machen aktualisieren das klappt bei mir zum beispiel nicht ich kann mit f5 nicht aktualisieren also den browser nicht wenn ihr seht hier links ich bin auch in der gruppe drin ich bin alles alles gut nichts passiert und wenn ich drücke memory darunter aber wenn jetzt f5 drücke zum beispiel das stock nur kurz das passiert da nichts so deswegen so könnte dann halt ohne relog ohne neu einladen ohne also drecken relog ohne blablabla einfach mittendrin neues fenster machen nur soviel dazu als tipp ja das war dann auch schon erstmal also in dem video bis dahin haut rein und tschüss